Heute gab es ein ganz kleines Content Update und damit wurde auf jeden Fall ein neuer Hai Gegenstand reingebracht und zwar der Schildsprinkler, genau hier sieht man ihn auch schon, der wurde jetzt reingebracht und der kann auf jeden Fall von 0 bis 100 Schild heilen, ist halt so gesehen so ein kleines Fass und ich zeige euch das Ganze auch mal. Hier gab es auch einen kleinen Beitrag zu, hier wird alles nochmal beschrieben man kann den Gegenstand übrigens dann in Truhen, auf dem Boden, in Vorratssieferung und auch einmal beim Leutner John Lama und bei dem Wissenschaftler finden und übrigens das Winterfest endet am 6. Januar 15 Uhr, also ab jetzt noch zwei Tage danach wird man dann die Geschenke nicht mehr auspacken können, so wie es ausschaut und ich bin mal gespannt, ob die jetzt noch das eine Geschenk reinbringen naja, jetzt gucken wir uns mal den Gegenstand auf jeden Fall im Spiel an und genau so sieht dann der Gegenstand aus, der kann wie gesagt einfach auf dem Boden rumliegen und da sehen wir den Schildsprinkler, den kann ich kurz mal einsammeln und den würde ich sagen, werfe ich jetzt einfach mal mitten hier rein und dann sehen wir auch schon, auf dem Boden wird der ganze Schilddrang verteilt da kann man einfach drüber laufen und wenn man einfach hier in diesem kleinen Radio steht dann kriegt man auf jeden Fall die ganze Zeit Heilung der sieht hier aber echt ein bisschen klein aus, aber so kann man sich dann easy mit dem Team hier heilen gibt es ganz easy auf dem Boden, in Truhen und in Vorratssieferungen aber auch bei Charakteren, wie zum Beispiel hier dem Wissenschaftler er bietet den hier auch an und der ist ja genau hier bei Sanctuary aber auch beim Leutnant John Lama gibt es das Ganze und zwar ist der genau hier auch da kann man das Ganze dann kaufen rufen auf dem Boden auf dem Boden er fangen und Meredith er fangen